Ich bin mal gespannt. Alleine in diesem Höhengerät. Erstmal in die Rückenlage. Jetzt gibt es volle Pulle. Oh Gott, ach du Scheiße, das ist total. Oh Gott. Der fallen echt langsam die Augen schon mal hinweg. Wir ziehen in den Füßen. Jetzt ist es gerade relativ eklig. Länger darf das Ding auch nicht fahren. Sonst bist du weg. Oh Gott, oh Gott. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder.